Freuen Sie sich auf ein Konzerterlebnis mit Gänsehautgarantie. Die Großen Drei der Volksmusik. Ein letztes Mal live und gemeinsam auf der Bühne. Wahnsinn! Markus Wohlfahrt von den Klostertalern, Gottfried Würcher vom Nockalm-Quintett und Norbert Rier von den Kastelroter Spatzen. Große Stimmen vor grandioser Kulisse. Die Großen Drei der Volksmusik bei ihrem letzten Konzert. Am 19. Mai um 20 Uhr. Nur auf Goldstar TV. Alles Schlager.